Hotel 13 Untertitelung des ZDF Die Spielfigur darf nicht diagonal laufen und darf nicht auf Möbelstücke gehen. Der Spieler darf allerdings weniger ziehen, als er gewürfelt hat. Andere Spielfiguren dürfen überzogen werden, aber auf einem Feld darf jeweils immer nur eine Spielfigur stehen. Wenn ein Spieler seine Bewegung auf einem Spurenfeld beendet, zieht er eine Spurenkarte von dem verdeckten Stapel, welcher zum Zimmer gehört. Hier gibt es zwei verschiedene Sorten von Karten. Die Ereigniskarten liest der Spieler sofort vor. Sie haben besonders nützliche Effekte. Der Spieler darf sie für späteren Nutzen auf der Hand behalten. Nach Einsatz werden sie abgelegt. Ein Spieler zieht so lange von einem Stapel, bis er allerdings auf eine Aufgabenkarte trifft. Auch diese liest er sofort vor. Dann muss er die entsprechende Aufgabe auf der Karte lösen. Wenn ihm die Aufgabe gelingt, darf er die auf der Karte angegebene Anzahl von Spurenwürfeln von dem Feld, auf welchem er gerade steht, nehmen. Nachdem aus zwei Spurenzimmern alle Spuren genommen wurden, öffnet sich das Zimmer 13, welches nun betretbar ist. Das Zimmer schließt sich wieder, wenn die Räume wieder mit Spuren ausgefüllt sind. Wenn man das Zimmer 13 betritt, endet der Zug des Spielers sofort. Nun wählt der Spieler aus seinen gesammelten Spuren eine beliebige Anzahl. Diese geben an, wie oft er mit jedem Würfel einer Farbe würfeln darf. Die gewürfelten Ergebnisse zählt er zusammen. Wenn sie nun gleich oder höher sind als die nächsten Zahlen auf einem der Würfelaufgabenfelder des entsprechenden Spielers, platziert der Spieler Spuren auf diese, um zu zeigen, dass er dieses Feld gemeistert hat. Die Spuren von dem Spieler, die bereits auf den Feldern liegen, zählen ab jetzt auch jeweils einen Punkt zum Würfelwert hinzu. Wenn die Summe der Ergebnisse allerdings kleiner ist, muss er die eingesetzten Spuren wieder zurück in die Räume legen. Wenn ein Spieler alle seine Würfelaufgaben im Zimmer 13 erfüllt hat, gewinnt er. Sie haben sich gerade das Video zu dem Brettspiel Hotel 13 von Nickelodeon und Studie 100 auf unserem Channel Spielregeln-Spielanleitung angesehen. Das Video hat Ihnen gefallen und nun möchten Sie gerne an unserem Gewinnspiel teilnehmen? Dann surfen Sie zu www.spielregeln-spielanleitung.de und schauen Sie, ob und welche Spiele wir gerade verlosen.